1909 von Paul Oestergaard gegründet, ist der Kolumbus Verlag heute die älteste Globus-Manufaktur der Welt. Was sagt Thorsten Oestergaard, der Urenkel des Gründers, zu diesem Lebenswerk? Die nunmehr über fünf Generationen gemachte Erfahrung in unserem Hause Kolumbus lässt ein Kolumbus-Globus mehr sein als nur ein einfacher Globus. Unser Ziel ist es, Faszination zu erwecken. Faszination für den Globus, aber auch Faszination für Kolumbus. Das ist nicht weiter schwer, denn die Globen von Kolumbus üben eine geradezu magische Anziehungskraft aus. Dafür sorgt nicht nur das detailverliebte Kartenbild, sondern auch der leichtgängige Drehmechanismus der Kugel und das Gefühl, die große, weite Welt mit all ihrer Vielfalt in Händen zu halten. Was ist Ihr Geheimnis, Herr Oestergaard? Natürlich hilft uns die fortschrittliche Technik, der präzise 105er Feinrasterdruck, die Designer. Aber trotz alledem geben wir unseren Globen noch etwas mehr mit. Wir fertigen sie mit Leidenschaft, mit Liebe und mit Seele. Und das sieht man auch. Wer einen Globus aus dem Hause Kolumbus in Augenschein nimmt, wird feststellen, dass traditionelle Handwerkskunst, wie etwa die mundgeblasenen Kristallkugeln oder die liebevolle Handkaschierung, in Verbindung mit den modernen Fertigungstechniken und Designs, eine reizvolle Symbiose bilden. Zum Glück sind Thorsten Oestergaard und sein Sohn Niklas begeisterte Technikfans. Sonst gäbe es den sprechenden, interaktiven Kolumbus-Entdeckerstift bestimmt nicht. Die neueste Errungenschaft des Kreativteams von Kolumbus ist der pädagogisch wertvolle Kinderglobus Mikado. Er ist wieder einmal ein Beweis für die unerschöpfliche Liebe, die Leidenschaft und unzählige Arbeitsstunden, die in jedem einzelnen Kolumbus-Produkt stecken. Der Impuls? Kinderaugen zum Strahlen bringen. Denn die Kugel in dem extra dafür designten farbenfrohen Holzgestell ist nicht nur hübsch anzusehen. Zusammen mit dem Entdeckerstift können Kinder die Welt auf einzigartige Weise erkunden. Denn bei Berührung mit dem Stift fängt auch dieser Globus an zu sprechen. Er erzählt von fernen Ländern, Menschen, Tieren und Sehenswürdigkeiten. Mit dem Sonne, Mond und Sterne Outdoor-Leuchten-Programm von Kolumbus holen sie sich nicht nur die Welt ins Haus, sondern gleich das ganze Sonnensystem in ihren Garten. Apropos. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürlich können sie aber auch einen der Klassiker in den Garten oder auf die Terrasse stellen. Das bleibt ganz Ihnen überlassen.